Es wird wieder gebaut. Unter diesem Motto fiel jetzt der Startschuss für den dritten Abschnitt des Wohnbauprojekts Riverside in Kapfenberg-Dimlach. Die Schwierigkeiten im Bauwesen scheinen überwunden zu sein. Wir haben jetzt in etwa zweieinhalb Jahre Baupause eigentlich gehabt und jetzt ist es Gott sei Dank wieder gelungen, einen Neubau zu starten. Hauptgrund ist, dass die Kosten wieder in einer Dimension sind, die wir darstellen können, weil am Ende des Tages müssen ja die Mieter das auch bezahlen können. Der dritte Abschnitt umfasst 38 Wohnungen um 6 Millionen Euro. Insgesamt entstehen um 24 Millionen Euro 155 neue Wohnungen. 16 davon sind fürs betreute Wohnen vorgesehen. Grundsätzlich ist das unser Ziel, diese Durchmischung. Die ältere Generation kann zuschauen, wie vielleicht die Kinder am Spielplatz spielen. Umgekehrt kann man auch Nachbarschaftshilfe machen und das bemühen wir hier auch, um uns umzusetzen. Und diese gemeinsame Situation, diese eigentlich Vereinsamung, die wir derzeit haben, da entgegenzuwirken, da hoffen wir, dass so ein Projekt mithilft. Das Land Steiermark freut sich darüber, dass die Energieversorgung mittels Nahwärme erfolgt und auch die angrenzende Kehranlage eingebunden ist. Zum anderen trifft der Bauträger Holz den Zeitgeist in Zeiten des Klimawandels. Mein Herz schlägt ja bekannterweise schon für Holz und hier wird der Rohstoff verbaut, Nachhaltigkeit, der ein Leben lang CO2 speichert. Holz macht einfach etwas mit uns. Holz muss man riechen, Holz muss man spüren und fühlen und man kann wirklich nur allen Verantwortlichen hier für dieses Projekt gratulieren. Die Wärme aus der Region, das Holz, der Baustoff aus der Region. Mit dem Projekt Riverside entsteht in Dimmlach ein kompletter Stadtteil neu. Neben dem Faktor Nachhaltigkeit zeichnet ihn auch das Zusammenleben aus. Ich glaube, die Umgebung macht es ja einfach. Da haben wir einen perfekten Fluss in der Nähe, da ist viel Grün in der Nähe, da gibt es Spazierwege in der Nähe, dann gibt es eine Volksschule, einen Kindergarten. Das heißt, da ist die Infrastruktur ja perfekt. Aber es wohnen selber, wir sehen ja die Sonne, ganztägig beschienen die Wohnung, also wirklich hell und ich glaube, die Leute wollen einfach genau solche Wohnungen haben und das passt so, wie es jetzt geplant ist und wie es auch schon umgesetzt ist, passt das ganz perfekt. Die Arbeiten am dritten Abschnitt sollen im Sommer 2025 abgeschlossen sein. Läuft alles nach Plan, könnte der vierte Abschnitt Ende 2026 fertig sein. Untertitelung des ZDF, 2020